Jim, wir werden Sie jetzt in das bestgehütete Geheimnis dieses Landes einleiten. Sie hatten an alles gedacht. Sie wurde für den Einsatz in feindlichen Ländern entwickelt. Nur nicht an das Undenkbare. Sollten wir sie eventuell finden, wie können wir sie ausschalten? Das ist nicht so einfach, Körbe. Sie hatten sich alles vorgestellt. Nur nicht das Unvorstellbare. Das gibt bestimmt Ärger, Sir. Eine Kugel in ein Auge beendet jede motorische Aktivität. Sie hatten alles vorausgesehen. Unten bleiben! Nur nicht das Unvorhersehbare. Ich hoffe, dass Sie recht mit New York haben, sonst werden eine Menge unschuldiger Menschen sterben. Auf den Weg! Nur einer hält sie auf. Eve 8, außer Kontrolle. Gregory Hines. Eve 8, außer Kontrolle.